Der hochverschuldete Solarkonzern Q-Cells will am Dienstag, den 3. April, einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Dessau einreichen. Das wäre die vierte größte Pleite in der deutschen Solarbranche. Die Branche leidet unter massiven Überkapazitäten und einem immensen Preisverfall, der vor allem durch starke Konkurrenz aus China ausgelöst wurde. Auch die vor kurzem durchgeführten Kürzungen bei der Solarförderung belasten zusätzlich. Ein weiterer entscheidender Punkt ist auch die vor wenigen Tagen ergangene Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt im Fall Pfleiderer. Laut Rechtsprechung müssten die Anleihgläubiger vollständig dem Restrukturierungskonzept zustimmen. Das war weder im Fall Pfleiderer so, noch bei Q-Cells. Somit ist der Plan, die Schulden über einen Umtausch von Anleihen in Aktien abzubauen, nicht realisierbar. Auch staatliche Finanzhilfen des Landes, Sachsen-Anhalt, wird Q-Cells vorerst nicht bekommen. Wie Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff verkündete. Die Insolvenz ist also unumgänglich. Anschließend wolle sich das Unternehmen, welches momentan rund 2200 Mitarbeiter beschäftigt, dann in Eigenregie sanieren. Q-Cells war 2011 mit einem Minus von 846 Millionen Euro tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Umsatz ging zugleich um fast ein Viertel auf gut eine Milliarde Euro zurück.